Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Google Umfragen erstellen kann. Hier seht ihr so eine Umfrage, die habe ich für euch erstellt, aber wie ihr das selber machen könnt, das werde ich euch jetzt zeigen. Aber vorher ist eines ganz wichtig. In der Schule dürft ihr auf keinen Fall euren privaten Google Account dafür verwenden, denn eure Daten müssen geschützt werden. Ihr seid noch zu jung, als dass eure Daten schon überall im Netz landen sollten. Denn wenn ihr älter werdet, wollt ihr das vielleicht nicht mehr sehen. Deshalb, wenn wir so ein Google Formular, eine solche Umfrage erstellen, dann nehmt bitte immer den Account eures Lehrers und keinen eigenen. Und jetzt zeige ich euch, wie man so eine Umfrage erstellt. Als erstes geht ihr ganz normal auf Google und dann müsst ihr euch zunächst einmal anmelden. Ich mache das jetzt, aber ihr nehmt dafür bitte den Account eures Lehrers. Wenn ich dann angemeldet bin, gebe ich Google Umfrage bei Google ein, suche es und dann nehme ich den ersten Treffer. Jetzt komme ich automatisch zu professionellen Formularen leicht gemacht. Ich muss noch zu Google Formulare wechseln und jetzt kann ich ein solches neues Formular anlegen. Ich wähle hier ein leeres, weil ich noch nicht genau weiß, was alles rein soll. Jetzt kann ich hier oben einen Text eingeben, zum Beispiel Umfrage Hobbys. Ich kann darunter das Formular beschreiben und hier kann ich jetzt die Frage stellen. Zum Beispiel, was ist dein Hobby? Und als erstes gebe ich natürlich Optionen an. Das bedeutet Multiple Choice. Man hat aber nur eine Wahl. Ich kann jetzt hier auf dieses Dropdown-Menü gehen und kann Kästchen auswählen. Der Unterschied ist jetzt, dass ein Schüler mehrere Hobbys nennen kann. Ein Fragezeichen hier noch dazu und dann kann ich meine Optionen angeben. Zum Beispiel Fußball oder als nächste Option Badminton. So vervollständige ich das Ganze. Wenn ich eine zweite Frage machen möchte, gehe ich auf Plus. Dann wird eine weitere Frage hinzugefügt. Ich habe die Frage jetzt schon eingegeben. Wie viele Geschwister hast du? Dieses Mal wähle ich nicht Kästchen, sondern Multiple Choice. Denn hier bedeutet es ja, dass jeder nur genau einmal kreuzeln muss. Wenn ich möchte, dass jeder das Ganze beantworten muss, muss ich das zu einer Pflichtfrage machen. Jetzt kann jemand die Umfrage erst abschließen, wenn er hier ein Kreuz gesetzt hat. Ich kann auch wieder hier zu meiner anderen Frage zurück und daraus eine Pflichtfrage machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch etwas fragen möchte in Textform, dann mache ich das so. Ich gebe die Frage hier ein und jetzt wähle ich eben nicht Multiple Choice, sondern jetzt wähle ich Kurzantwort. Jetzt kann derjenige eine kurze Antwort geben. Auch noch eine andere Sache kann ich machen. Ich kann zum Beispiel fragen, was gefällt dir besonders gut am Mathematikunterricht. Aber ich kann eine andere Antwortoption geben, nämlich eine lineare Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet schlecht und 5 bedeutet toll. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder zu einer Pflichtfrage mache, werden die Schüler abgefragt, ob sie eben das mit 5 Punkten ankreuzeln wollen oder mit einem Punkt. Und wenn ich dann alle meine Fragen fertig erstellt habe, kann ich auf Senden gehen. Dann kann ich hier einen Link erstellen, die URL noch kürzen und wenn ich diesen Link jetzt an andere weitergebe, können sie sich das Ganze anschauen. Das ist jetzt die fertige Umfrage. Da wird das Hobby abgefragt. Da wird gefragt, was mir besonders gut gefällt. Hier kann ich eine Skala angeben von schlecht bis toll und hier wie viele Geschwister hast du. Und dann wertet mir am Schluss Google aus, was die Ergebnisse sind. Wenn ich dann die Ergebnisse anschauen möchte, muss ich mich wieder anmelden. Also Google muss wissen, dass jetzt derjenige, der es erstellt hat, auch wieder da ist. Und dann kann ich hier oben auf Antworten gehen und hier wird dann aufgelistet, wie die Leute abgestimmt haben. Momentan ist da noch nichts zu sehen, weil ja noch keiner diese Umfrage ausgewertet hat. Das war's. Probiert es einfach mal selber aus und denkt dran, nur der Schulaccount. Tschüss.